Mein Name ist Fabian Schwarz, ich bin Gitarrenlehrer an der Singmusikschule Würzburg und Rockmusiker. In meinem Job als Musiklehrer habe ich unzählige Jugendliche und Kinder, denen ich versuche das Gitarrespielen beizubringen, was meistens auch sehr gut klappt und mit meiner Hoffnung, dass ich die Kids und die Jugendlichen später selbst auf der Bühne sehen kann. Als Gitarrist in verschiedenen Rockbands komme ich richtig rum in Deutschland. Wir spielen viele Gigs, das ganze Jahr über verteilt, große Festivals und es macht super Spaß, auch immer wieder nach Würzburg zurückzukommen. Was mir als Musiker an Würzburg besonders gefällt, ist die sehr lebendige Clubkultur und es macht immer wieder total Spaß, selbst Gigs in Würzburg zu spielen und nicht eben nach Berlin fahren zu müssen. Gigs in Würzburg Gigs in Würzburg Gigs in Würzburg Gigs in Würzburg Gigs in Würzburg